hallo und herzlich willkommen zurück hier zum milton dem magier staffel 3 ich werde versuchen dies diesmal richtig so durchzuziehen dass wir auch richtig was erreichen so wir haben letztes mal angefangen das haus zu bauen da mir die aufnahme ein bisschen kaputt gegangen ist habt ihr nicht alles gesehen ich habe hier die treppe fertig gebaut und habe hier noch die unteren decken schicht eingezogen hier kommt dann ja noch eine neue bodenschicht rein in allem überlegen ob ich eine schicht generell noch was sie um spiele leitung und so zu verlegen und deswegen ich hatte überlegen ob halt generell jetzt hier drauf noch eine schicht kommen da hätte man nämlich noch eine schicht und später stromleitung verlegen kann oder halt auch pipes das wäre eine überlegung so weit so gut das haus nimmt gestalt an der heutigen folge wollte ich ja ein bisschen ja eigentlich das haus ein bisschen weiter bauen ich bin schon die ersten zwei räume fertig kriegen ein bisschen glas vielleicht auch schon den garten anfangen mal gucken so glas noch gemacht ruhig wohl sagen sie sollten auch erstmal ausreichen 48 reichen bestimmt aus 48 reichen 48 reichen 49 reichen 48 49 49 49 Oh, ich werde krank, das ist nicht gut. Wenn man aufgehört zu rauchen, hustet dann. Dann wird es besser, dann fängt man an zu husten, wenn man krank wird. Das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich, sowas. Oh, ich brauche schon wieder was zu essen. Ich würde sagen, hier noch so einen schönen grünen Weg mit den grünen Pflastersteinen vielleicht. Was kommen wir denn zu essen? Noch ein bisschen was. Schon wieder nichts zu essen, ne? Reicht noch nicht mal. Wir haben auch keine Äpfel mehr, alles alle gedoppelt haben wir. Gerotten. Was mache ich, was gedoppelt machen? Kartoffeln. Kartoffeln. Na, Ofenkartoffeln machen. Niemand sehen, eine Schmelze packt. Schmelzen. Also ein Ofen, also ein Ofen, sowas, scheiß halt. Giftige Kartoffeln. Könnte Kartoffeln beuteln machen. Portal kann man auch mal machen. Man kann aus einer Kartoffeln ein Jetpack machen. Es ist unglaublich, ja. Äh, Kartoffelsuppe kann man machen. Aha. Man kann Kartoffelsalat machen. Schneidebrett. Man kann ganz viele Kartoffeln machen. Ich werde mich mal für die Backkartoffel als erstes entscheiden. Schnell dunkel. Schlafen wir erst nochmal. Ach man, ich wollte doch ein Haus bauen. Ich wollte doch so viel tun. Ich schaffe nichts. Ein bisschen Holz. Und erstmal ein paar Kartoffeln. Ich habe noch einen Weg hierhin und dann hier so ein bisschen und dann. Oops. Das war's. Das wird der Weg. Auch hier ein Land finde ich kacke. Jetzt bräuchte man ja aber wieder diese grünen Steine. Da haben wir ein paar. Auch hier haben wir genug, glaube ich. Nicht ganz genau, aber ein bisschen. Ein paar. Da haben wir auch noch ein paar. Oder ein, zwei, immer ein paar. Weißt du, dass ich verfolgt werde? Ich bin doch nicht doof, ne? Ein doofes Viech. So, jetzt könnt ihr das aber fast schon ausreichen. Was ist denn hier eigentlich? Filzgarten. Hm? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ein bisschen Fleisch mit. Eine Steinschere eben mache. Ich kann mich diese Dinger hier noch mitnehmen. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ach, ich bin nicht über so'n magischen Superpilz gelaufen. Ruah! Warum ja wo schon? Pilzgarten. Ja. Und damit wohl tut, das werden wir rausfinden. Schimmerblatt. Das ist gut. ich weiß nicht ob am fuß irgendwas war ich weiß nicht wozu das diente glaube ich für dieses ok oder war doch was drin war da so ein ding drin für das nächste mal weiß ich das spiel noch nicht dass da halt auch so ein zauberwesen ding drin war das diese energie hatte es kann sein also ich habe schon wieder keinen platz minecraft gras jetzt kein minecraft gras so jetzt zurück also ein bisschen ausbauen den weg manchmal etwas laufe ich überhaupt richtig nein nicht wirklich ich muss doch da lang jetzt noch so schöne dinger der brombeeren das reiht nicht mal ganz aus fehlen noch vier vier stücke fehlen noch im bärbusch hier ein paar himbeeren pflanzen das ist doch schon mal ganz gut dann brauche ich noch ein paar türen dafür brauche ich holz ich muss sortieren ich muss sortieren Birkenholz Eichenholz Backen mit Kartoffeln aus Ich habe die 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 Ich brauche zwei Türen vorne, einen noch hinten. Und einen noch hier wieder. Es wird schon mehr dunkel. Ach, hier bricht auch noch weh. Hatschi! Hatschi! Ach mein Gott! Die Werkstation hat übrigens den Vorteil, dass die Gegenstände nicht herausfallen. Ich stehe mal hier hin und nehme eine Doppelkiste. Ich kann jetzt einfach das da hinlegen. Dann sind wir noch da. So weit, so gut. Ich kann noch einen Ofen. Was ist eigentlich noch für Öfen? Jetzt haben wir noch einen Ofen gezogen. Elektrischer Ofen. Den hier würde ich gerne haben. Stufenofen. Ähm. Alchemieofen. Hexenofen. Weiß es nicht. Es gibt. Gefüllte Ofen. Kartoffeln. Natürlich. Und gebratenes Schweinefleisch. Und Käse. Topf. Leermilch. Frische Milch. Salz. Welche kriege ich denn? Milcheimer. Eupfeln. Aber wer kriege ich denn Milch? Wer kriege ich denn Milch bitte? Bestimmt aus einer Kuh, aber... Milchflasche. Milchkanne. Erbe. Milchflasche. Milcheimer. Milch. Aha. Nö. Das mal Honigt tropfen. Zentrifuge aus. Getreidekönigin. auf jeden fall mal hier so bin auch mal anfangen. So, ich kann nochmal... Ich mach mal zwei davon. Okay, nochmal ein paar Druckknöpfe bauen. Ne, ist doch kacke, warum geht die denn so, komm jetzt auf. Das ist doch doof. So ist doch schöner. Es funktioniert doch allmählich. So. Gucken, was eine Backen in der Kartoffel bringt. Mein 3. So, das wächst auch so schön vor sich hin. Ja, könnte man ja eigentlich gleich sagen, dass ich hier oben die Küche reinsetze. Oder das Schlafzimmer. So. So ist doch wahrscheinlich noch verbreitern. Ach, kleiner. Was wird du denn? Noch einer. Ja, ich werde erstmal oben noch ein bisschen weiterbauen. Ich hab noch ein bisschen... So. Dann mach ich das so, dass ich noch eine Ebene drüber lasse. Dann brauch ich aber natürlich Holz, was ich jetzt nicht hab. Oh egal. Dann gehen wir jetzt noch hier so hin. Klick. Was ist das? 0. WISisine 2. 2. D- Das ist das hier. 6. Genau. Go. 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 das wäre ein schöner fußboden überhaupt ich muss jetzt auch weil ich da dieses stein auch nicht gewonnen hat eine müde zu bauen damit sachen verdoppeln kann ich aber trotzdem schüssel haben das heißt wir nehmen auf jeden fall schon mal vier eisen werden daraus also als herz wenn wir noch ein schüssel bauen aber ich hätte gerne gleich ein bisschen was bruchstein nehmen wir mit noch hier haben wir noch granit wir haben hier noch bemuste steine rahmen haben wir ja auch noch ich komme ob der rahmen bauen also ich ruhe noch da ist paar stöcker jetzt schon mal den schüssel auch genannt kann nämlich jetzt reingehen und zum beispiel sagen wir wollen jetzt hier die granit wovon wir nur drei stück haben warum auch immer mehr granit gehabt er macht teorit nicht mehr verneht doch hier noch granit naja mein bisschen was also wir ach holz zwei eiche noch reichen holz geben so rundherum so wir nehmen wir einmal das teorit machen wir uns jetzt erstmal hier so einen schönen teorit boden 64 stück das kommt auf jeden fall in die küche und die küche soll hier hin so so dann nehmen wir uns noch einen anderen raum dann nehmen wir das granit machen wir uns doch aus dem schönen granit boden nehmen wir den da mal raus 15 mal das erstmal dann nehmen wir den rest auch noch davon dann nehmen wir uns schon mal Jetzt brauche ich das auch noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier kommen wir dann in die Küche rein. Ich brauche noch ein bisschen mehr Granit. Ich brauche noch ein bisschen. 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 Das hier wird dann... Also nicht. Aber wie sowas. Esszimmerbereich. Hier die Küche reinmache. Hier so ein Esszimmerbereich. Jetzt noch weiter hoch. Von hier aus. Das heißt aber eigentlich brauche ich diesen Stein dann nicht. Natürlich nicht hoch. Ich brauche eigentlich auch hier. Also entweder mache ich zwei. Also hier ist noch eine Tür. Ab hier geht es mal nach oben. Dann muss ich gucken. So. Ah ja. Das Haus nimmt auf jeden Fall Form an würde ich sagen. Das ist doch schon mal sehr gut. So. Das wird auf jeden Fall besser. Komm mal ein bisschen voran. Das heißt wir haben ein bisschen. Was geschafft am Haus. Ich hatte hier nämlich auch noch weiter runter mich gebuddelt. Ich muss auch noch was verlegen. Wir sind nämlich jetzt schon auf Ebene. Klick, 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 klick. 15. Hier habe ich auch Gold gefunden. Deorite brauche ich noch. Ich brauche noch diese Quarzsteine. Dann kann ich auch mal eine Eisenspitzhacke machen. Und dann geht das hier alles hier seinen gewohnten Gang weiter. So. Wollen wir mal eine richtige Folge hinkriegt. Haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Und deswegen sage ich jetzt. Falls euch das Video gefallen hat. Lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Oder abonniert auch mal. Und dann. Und dann. Viel Spaß euch noch. zum nächsten Mal. Can妳 auch? ки Five. Ich habe das E99. burntesigsthனfektier, аявtiteln, mit dem darmerkait.